Wenn man Menschen in seinem Umfeld hat, die Bitcoin für positiv befinden, Bitcoin auch nutzen und dass man das auch mitbekommt, dann schafft das natürlich Vertrauen. Damit hat man sozialen Einfluss und das hat jeder und jede von uns. Und da hilft es natürlich auch, wenn Bitcoin mit positiven Assoziationen belegt ist, bis hin zu, dass man eigentlich alle im Space eine Vorbildfunktion hat. Und das hat natürlich, nachdem Bitcoin sowieso eine Bottom-up-Bewegung ist, hat natürlich einen positiven Einfluss auf die Verbreitung von Bitcoin. Je mehr Menschen das im Umfeld mitbekommen, desto eher schafft das Vertrauen.